Die Felsformationen der Katatjuta Die Felsformationen der Katatjuta Die Felsformationen der Katatjuta Irgendwie muss es an dem roten Stein inmitten der Wüste liegen. Durch die Sonneneinstrahlung, die Bewölkung und je nach Jahreszeit auch unterschiedlichen Einfallswinkel des Lichts erscheint der Uluru und auch die daneben liegenden Katatjuta in vielen warmen Erdtönen, die von braun bis orange und sogar teilweise bis ins kräftige Rot reichen. Um den Uluru ranken sich viele Legenden und die Aborigines nutzen die Traumzeit, um alle Höhlen, Furchen und Unregelmäßigkeiten im Fels zu erklären. Ein Besucherzentrum gibt hierzu einen wunderschönen Eindruck. Da der Uluru heilig ist, sollte man an den markierten Stellen von Film- und Fotoaufnahmen absehen. An allen anderen Stellen sind aber Aufnahmen erlaubt. Der Stein übt auf den Besucher eine magische Anziehungskraft aus, die bei einer Umrundung des Felsens genossen werden kann. Auch kürzere, durch Ranger geführte Touren sind möglich. Nur etwa 30 Kilometer vom Uluru entfernt treffen wir auf die Katatjuta. Der Name aus der Sprache der Aborigines vom Stamm der Anagou beschreibt die Gruppe von 36 Bergen sehr treffend mit dem Namen Viele Köpfe. Dem Wanderer stehen im Grunde zwei Wege zur Erkundung zur Verfügung. Die Walper Gorge ist eine Sackgasse und man kann bequem vom Besucherparkplatz in einer Stunde zwischen den Felsen hin und zurück gehen. Die Wanderung im Valley of the Winds verlangt eine gute Kondition, eine ausreichende Mitnahme von Wasser und lässt sich in vier bis fünf Stunden bezwingen. Der Wanderweg ist relativ gut ausgeschildert und auch in der Nebensaison noch gut frequentiert. Der Weg schlängelt sich durch die vielen Köpfe der Katatjuta und erlaubt wunderschöne Blicke in das Tal des Windes und auf die majestätischen Hügel. Ab 36 Grad im Schatten ist dieser Weg allerdings aus Sicherheitsgründen gesperrt. Eine weitere imposante Erscheinung im Roten Zentrum ist der Kings Canyon mit teilweise 100 Meter senkrecht abfallenden Felswänden. Erstaunlich ist der Kings Creek innerhalb der Schlucht, der in einigen Bereichen ganzjährig Wasser führt und zu einer grünen Oase, in der sonst so trockenen und lebensfeindlichen Umgebung sorgt. Ein wunderschöner Wanderweg führt in den Kings Canyon hinein, immer am Kings Creek entlang. Ein noch schönerer, aber sehr viel längerer und anstrengenderer Weg ist der Rimwalk, welcher den Abenteurer einmal um den Rand des Canyons führt. Traumhaft schön bei aufgehender Sonne am frühen Morgen. Es bietet sich auch an, in den frühen Morgenstunden den Rimwalk zu beginnen, da im Laufe des Tages die Temperaturen zu sehr steigen und den Rundweg zu strapaziös werden lassen. Bei zu hohen erwarteten Tagestemperaturen wird der Aufstieg gesperrt und man kann diese tollen Aussichten nicht mehr genießen. Immer wieder andere Einfallswinkel des Lichtes lassen den Kings Canyon in allerlei warmen Erdtönen erstrahlen. Den Höhepunkt, den Garten Eden, ein paradiesisches Wasserloch, das ganzjährig Tiere hauptsächlich in den Morgen- und Abendstunden zum Trinken anlockt, darf man sich nicht entgehen lassen. Einsame Weite. Keine Begegnung mit anderen Autos oder anderen Menschen. Was zum einen ein Abenteuer bedeutet, kann im Falle einer Panne schnell zu einer Frage des Überlebens werden. Ausreichend Wasser ist beim Befahren der Straßen im Roten Zentrum daher ein Muss. Wer hier nicht auf Nummer sicher geht, kann dies schnell mit dem Leben bezahlen. Die unerwartete Tierwelt kann auch auf der einsamen Piste, dem Marini Loop Road hinter jeder Kurve warten. Aufmerksamkeit ist hier immer oberstes Gebot. Dafür wird der Abenteurer aber mit einer umwerfenden Natur überrascht, an der man sich gar nicht satt sehen kann. Einen riesigen Einschlagskrater hat ein Meteorit vor etwa 140 Millionen Jahren 160 Kilometer westlich von Alice Springs hinterlassen. Dieser Abzweig ist eigentlich gar nicht zu verfehlen, wenn nach hunderten von Kilometern plötzlich ein großes Schild den Weg für Geländewagen zum Gosse Bluff weist. Eine weitere atemberaubende Naturerscheinung, die den Aborigines heilig ist. Unsere Tagestour zurück nach Alice Springs wird begleitet von allerlei Naturwundern entlang des Namatira Drives. Der Larapinta Wanderweg schlängelt sich hier 223 Kilometer durch die West Macdonald Ranges, sodass fitte Wanderer diese Naturereignisse auch erwandern könnten. Die Ormiston Gorge macht den Anfang. Weit im Westen gelegen führt das Wasserloch in der Schlucht ganzjährig Wasser und etliche Plattformen bieten atemberaubende Ausblicke in die Schlucht. Bei noch etwa 112 Kilometern bis Alice bieten sich die Ockerpits für einen kurzen Halt an. Die Ockerfarbe wurde ausschließlich von den Aborigine-Männern geerntet und spielte im Handel mit den anderen Aborigines eine wichtige Rolle. Hier wütete vor kurzem noch ein Buschfeuer und hinterließ Lebensraum für eine neue Generation von Pflanzen. Beim Kilometerstein 100 sollte ein Stopp bei der Serpentine Gorge eingelegt werden. Die tiefe Schlucht zwischen den beiden Felsen bietet genügend Schatten, so dass sich auch hier ganzjährig ein Wasserloch halten kann. Nur 15 Kilometer weiter lädt das Ellery Creek Big Hole zu einer weiteren Rast- und zum Baden ein. Ein kurzer Weg führt den Wanderer zu einem der größten Wasserlöcher im Roten Zentrum. Neben badenden Touristen treffen sich hier auch viele Vögel und andere Tierarten in den Morgen- und Abendstunden, um zu trinken. Und schließlich, nur noch 50 Kilometer vor Alice, ist ein Besuch beim Stanley Chasm zur Mittagszeit ein Muss. Es ist die einzige Naturschönheit, die auf dieser Strecke Eintritt kostet. Aber zur Mittagszeit, wenn die Sonne senkrecht vom Himmel brennt, ergibt sich hier ein wunderschönes Farbenspiel an den Felswänden. Dies muss man gesehen haben. Zurück in der Zivilisation. Die alte Telegrafenstation ist quasi die Keimzelle von Alice Springs. Sie wurde am Todd River errichtet, da das Grundwasser hier früher monatelang an die Oberfläche trat. Ursprünglich war dies eine Relaisstation und Teil der transaustralischen Telegrafenleitung. Die Signale mussten alle 300 Kilometer empfangen, abgeschrieben und erneut auf das nächste Teilstück geschickt werden. Sie verband 1872 Port Augusta mit Darwin und von dort wurden Morse-Nachrichten per Unterseekabel weitergeleitet. Über viele, viele weitere Relaisstationen konnten so schließlich Australien mit Großbritannien innerhalb von wenigen Stunden kommunizieren. In den Ausstellungsräumen findet der historisch und technikbegeisterte Besucher sehr gut gemachte Erklärungen der damaligen Technik und der Lebensumstände in der Telegrafenstation. Bevor wir uns vom Roten Zentrum verabschieden, werden wir uns ein ganz besonderes Highlight nicht entgehen lassen. Ein Besuch bei Chris Barnes. Vielleicht ist er besser unter dem Namen Braulgar oder auch Kangaroo Dundee bekannt. Ein gleichnamiger Dokumentarfilm der BBC berichtete 2013 von seiner Aufzuchtstation für verwaiste Kängurus. Chris geht schon seit jungen Jahren ein Herz auf, wenn er sich um Tiere kümmern kann. Und auch seinem Traum wurde nun Wirklichkeit. Wie kein anderer kümmert er sich aufopfernd Tag und Nacht um seine Waisen. Wenn die Tiere ihre Mutter verloren haben, möchte Braulgar ihnen in seiner Station Zuflucht bieten und sie in ein lebenswertes Leben zurückbringen. Fast allabendlich, etwa elf Monate im Jahr, bietet er Besuchern die Möglichkeit, seine Lieblinge zu besuchen und durch ihren Eintritt dazu beizutragen, dass er sich auch weiterhin seiner Leidenschaft hingeben kann. Dieses Kangaroo Sanctuary gibt Hoffnung für die verwaisten Tiere. DasJAuto Resuladen sind Gaugus gemelt. DasJAuto Resuladen ist wichtig. Das perdwürfeid er sich an der呢. In der NDRyer付ess zostaativ nehmen, Toto in der NDRyer verbreiv prospects Wirklichkeit über ihre exception, wir sagen, wir schauen, ja diese Träume zu liefern. Das Jana использ so schnell erherstellern. Untertitel. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020